Jan, ich weiß nicht, ob ich das kann. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Okay. Hallo. Willkommen auf meinem Kanal, bei dem Video hier. Wir spielen Pokémon Schwarz und Weiß. Ja, noch ein bisschen. Soulink Challenge mit. Mit Jan. Du hast es geschafft. War das okay? Yes. Wollen wir endverprügeln? Ja, nur eine kurze Sache zwischendurch. Man hat mir geschrieben, dass man den unteren Bildschirm nicht sieht, sieht man teilweise nicht, was ich den Pokémon für Attacken beibringe durch TMs. Ich hatte ja letztens Donnerschlag bekommen. Das können Glutexokan Donnerschlag, Bisparg, Shadrago und Metagos allen Donnerschlag beigebracht. Ich finde es nicht großartig aus, was ich hier gerade mache. Halt mal die Renntaste gedrückt und tappe in eine Richtung, sodass du quasi so stockend in eine Richtung läufst. Das sieht irgendwie lustig aus. Dipp, 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 dipp. Dipp, 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 dipp. Okay, auf zu N. Auf zu N. Ich würde sagen, wir nennen ihn ab jetzt nur noch N. Ich hab keine Ahnung. Hallo. Hallo. Du warst das, ne? Mein Anliegen ist es, Dinge zu sehen, die anderen Leuten verborgen bleiben. Ich bin der Detektiv. Du bist so langsam, Jan. Er redet doch ganz schnell. Ich möchte wissen, wie sich die Pokémon wirklich in ihren Pokémon fühlen. Ich will wissen, was für eine Art von Trainer sich die Pokémon wirklich wünschen. Ich will den wahren Dasein des Trainerseins erkennen. Ich will die Zukunft, in der die Pokémon glücklicherweise zufrieden sind. Der Wünscht hat so mit mir oder die Frage. Ja, ich verstehe. Dann erlaube ich mir mal schön zu prüfen. Ich hab nicht versprochen. Ich geh weiter. Ich wollte sagen, irgendwie war ich mit meinen Textboxen schneller, als du mal beredet. Deswegen war ich gerade total verwirrt, wo du mal was anderes gesagt hast, als das, was mit mir entstand. Guck mal, er hat eine Deckbox in seiner Hose. Und er fängt bei mir mit Bibo an. Er würde zu einem Duell herausfordern. Bei mir fängt er schon wieder mit Flammbirex an. Warum? Aber Bibo ist ganz okay. Das kann ich mit Iris besiegen. Denke ich. Ich glaube, ich mach einfach mal... Jaola. Oh Gott, du willst die Attacken, die schnell gehen. So eine... Eine reinste Wonne, sag ich dir. Ja. Oder noch unnötiger Krit zum Schluss. Ich höre meinen Angriffen. Was macht er? Erstmal ein Igler. Lernt eigentlich Glutexo auch noch Metallklaue? Ich weiß, Glomander lernt es. Aber Glutexo hat es eigentlich nicht gelernt, leider. Nebenbei, zweites Pokémon Wumpel. Er ist bei mir ein Käfer-Pokémon-Trainer. Bei mir Kampf oder Feuer. Das würde ja zu meinem Spielstand bisher passen, wenn es mal wieder Kampf wäre. Das ist ja immer Kampf gewesen, irgendwie. Alter! Was denn? Ramot! Ja, das ist doch ein schöner Start. War das nicht sein... War das... Ah, nee. Der hat keinen... Keinen... Wird ja nie die gleichen doppelt, aber... Ähm... Ja, ne? Weißt du... Hat er den Professor überfallen? Hm? Hat er sich dem Professor überfallen? Den ungerandomized und sich quasi den Start bei mir gegrappt? Ich weiß es nicht. Ne? Das ist... Ach, Käfer. Was kann er schon machen? Ramot! Ähm... Stimmt, ja. Und ich habe wieder meinen Kampf-Trainer, Jan. Und kannst du mir mal sagen, wann... Ich habe es immer noch nicht nachgeguckt. Verdammt nochmal. Wann lädt Wotenzo endlich eine Elektro-Attacke? Da ich wahrscheinlich gleich schon schneller fertig bin als du, kann ich es gleich fix nachgucken. Das wäre ganz schön. Ui! Ramot at Level 13 hat ganz knapp nur über 40 KP. Wow, und ich bin gerade von einem Fund fast gewone-hitted worden. Von wem? Rishu. Ah, ich glaube, das war ein Crit. Ah. Ich nutze mal ein Heil-Item. Okay. So. Und Iris Level 17. Was? Iris hat gerade Rachenwut erlernt. Wow, deine Attacken also für den Beginn hier? Richtig schmucke. Dann müssen wir aufpassen. Shadragos und Glutexos können auf Level 17, 18 herum beide Drachenwut. Ja. Da müssen wir aufpassen. So. Und während du jetzt im Kampf noch bist, gucke ich eben für dich nach, wann Wotenzo eine Elektro-Attacke lernt. So. Ich wechsle mal auf Francis, liebe Leute. Ich hoffe, Wotenzo lernt aber auch neue Elektro-Attacke an, sonst bin ich richtig am Arsch. Level bist du jetzt gerade? 16. 20. Funkensprung. Vorher nix mehr. So, kippe ich auf 17. Na ja. Und dann immer 37 den Donnerzahn. Hin. Wow. Also ich bin fertig mit N. Okay. Mit vor allem, die mir im Moment umgeben, könnte ich niemals alle Pokémon, die Freiheit führen. Doch ich komme mich auf die Formel, mit der ich sich das Lust der Welt anerlässe. Ich weiß, ich brauche das machen. Dann macht man mit, der die ganze Welt auf meiner Seite bringen kann. Okay, N. Und ich weiß auch noch genau, wer wird sie noch für mich weiterreden schreiben. Das legendäre Pokémon, die heißt, ich werde zum Helden aufsteigen. Und ich meine, wir werden beim Verwunden sein. Ist das eigentlich ein Berufszweig, den man so studieren und... Dankeschön! Das war ein Nisa live on camera, den ich jetzt nicht draufschneiden kann. Gesundheit. Dankeschön. Ist das ein Berufszweig, den man wählen und studieren kann, so? Held? Weiß nicht. Könnte cool sein, ne? Soll mal eben Held sein. Bei Fire Emblem kannst du dich auch einfach zum Helden ranken lassen. Ja. Und in Pokémon singen die auch. Denn ich will ein Held sein. Halt dich an mir fest. Halt dich ganz fest. Und auf zum Museum. Da muss man nebenbei anmerken, ne? Ich weiß nicht, ob du die Generation folgen guckst, diese Pokémon Shorts. Ja. Wenn man da die Charaktere sieht, merkt man erstmal, wie trashig der Ash-Anime eigentlich animiert ist. Ja. Das stimmt. Gut, der XYZ-Anime, der sah schon deutlich besser aus. Aber wenn man so Rückwirkung betrachtet... Aber wenn man dann so auf Alola guckt, diese Vorschau davon... Lass mich nicht sagen, die Animation selbst, sondern eher wie die Charaktere aussehen. Ist einfach deutlich höheres Niveau. Ja. Also ich bin jetzt im Museum drin. Ich auch. Willst du den Opa reden? Unglaublicher Blick auf die Skelette genügt und ich bin hin und weg. Du bist aber noch da. Ja. Das wäre lieber, wenn du weg bist, weil da würdest du jetzt nicht reden. Guten Tag, ich bin bald und der stellvertretende Direktor hier. Wollen wir die Gelegenheit vielleicht für eine kleine Führung nutzen? Nein. Zu spät. Das wäre zum Beispiel das Skelett hier. Das stand von mir. Als es am Himmel seine Kreise zurück und die Welt bereist, da musst du wohl irgendwann bei der Google geteilt haben. Oder es war einfach alt. Das ist genau. Und so ist es dann über die Zeit zu einer Versiege geworden. So groß ist Dragoran übrigens niemals. Ist Dragoran nicht nur zwei Meter groß oder so? Ja, so knapp, ne? Hm. Nicht mal, glaube ich. Oder? Dragoran ist zwei Meter groß? Keine Ahnung. Dieser Stein ist einfach eine Wucht. Jedenfalls nicht so riesig wie da, weil das ist ja fünfmal größer als wir. Wobei, es gibt ja auch noch so ein Leuchtturm-großes Dragoran, ne? Aus dem Anime. Ja gut. Aus dem Anime disqualifiziert schon sämtliche Aussagen. Ja gut. Das ist nämlich ein Meteroid, das trägt sicherlich eine Energie aus dem Weltraum in sich. Sieht aus wie so ein Gesicht, auf dem ich erkenne bei dem Gesicht so, bitte töte mich. Ja, ich seh's. Das hier ist einfach nur ein gewöhnlicher alter Stein, aber ich hab mir hingestellt, weil er hübsch ist. Auch wenn er irgendwo in der Wüß gefunden wurde, ist, du bleibst einfach nur alt und wohl auch wertlos. Dann stelle den New Deshalb aus, weil er so wunderschön ist. Ja, siehste? Sag ich ja. Das ist meine Frau. Das ist die Buchwohnung der Räder, Entschuldigung. Die Tür ist deine Frau? Dahinter ist meine Frau. Ist das nicht seine Frau sogar? Ja. Okay. Immer dass ein Winkel der Räder wartet, die ebenso stärke und liebenswürdige Arenaleiterin. Falls du nicht mehr wusstest, ist es natürlich um meine Frau. Aloe, Alola. So, jetzt bin ich gespannt. Was für eine Räder bekommen wir? Oh ja, so. Ich werde mit Ikriff starten. Ich mit Iris. Also Iris hab ich mittlerweile gut hoch trainiert, aber bei Vanny... Levelkämpfer was? 20. Dann würde ich wieder nochmal trainieren nach dem Part. Wir können ja erstmal die Räder machen und dann können wir gucken, wo wir sind. Ja. Hallo, ich bin der unnötige Erzähler, der dir der Tafel Wasser schenkt. Den hab ich schon durchgedrückt. So. Ausstieg vom Typ normal. Ja, das werden wir ja noch sehen. Ich bin gespannt. Die erste Arena, wo es wirklich typenmäßig jetzt geht. Prinzipiell. Ich hab ne Unlicht-Arena. Nach Tara. Und ich hab... Ne Käfer oder ne Gesteins-Arena. Bitte sei Käfer. Wobei, ne, ne Käfer kann ich beim Mewtwo nicht so viel machen. Also ich glaube, ich werde mich einfach hier durch die Arena durchrangen. Drachen boot them all. Auf alles to hit einfach mal. Irgendwie ist das so ein Theme. Wenn ich die Verteilung vom Gegner schwächer, erhöht er sie gleich wieder. Oder wenn ich meinen Angriff erhöhe, erhöht er seine Verteilung oder sonstiges. Wobei, ich glaub nicht, dass ich zwingend ein Training brauche, weil ich mit allen wichtigen Pokémon auf Level 18 mindestens bin. Wobei... Ja, Squiggly ist auf 17. Kann das bitte mal aufhören heute mit den Crids, die mich fast töten? Was war's diesmal? Katapult-Crit. Ich hab noch 2 KP. Autsch. Jo, das ist schon wieder ein Hardcore. Oh, ich muss wieder alles mit Close-and-One machen, glaube ich, wenn das so weitergeht. Close-and-One. Was war das erste Pokémon, was du in der Arena hier gefunden hast? Äh, nach Tara? Vor Gott sagen, da steht da überhaupt nichts zur Auswahl. Die Lebensweise ist Nagelotts. Also NA ist schon mal richtig. Ja, das reicht, das reicht. Okay. Du musst ja keine Erbsen zählen, ne? So, ich gehe einfach weiter durch. Bam, 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 bam. Also je nachdem, ob es Käfer oder Kampf ist, äh, Käfer oder Gestein ist, werde ich wahrscheinlich fast alles mit Close-and-One machen müssen. Okay. Ja, ja, aber was machst du gegen Käfer? Geowurf. Die machen mir auch keinen Schaden. Ich mag zwar Bücherwurfen sein, aber ich bin auch dumm. Das hat er nicht gesagt. Das ist auch ein Unlicht-Pokémon, aber nicht gerade das Schönste. Kröpuk? Und nicht gerade das Gutriechendste. Skunktank? Ja. Ich finde tatsächlich, Skunktank hat einen ähnlichen Geruch wie du. Manchmal ja. So vor allem früher Morgen. Ja, früher Morgen, ihr müsst wissen, äh, wenn Jan schläft, fängt er an zu verwesen. Ja. Wir wissen nicht, warum das so ist. Es ist einfach so. Ich meine, wir haben das schon längst akzeptiert alles, aber manchmal kommt es dann so und sagt so, ich bin nur so halb geschmolzen, wartet so zwei, drei Stunden und dann ist er wieder der Alte quasi. Aber manchmal verwest Jan einfach über Nacht. Das ist ganz interessant. Iris ist nebenbei mein höchstes Pokémon jetzt. Ich sag doch, Drachen, woot them all und gut ist. So. Arena, halb Arena. Arena, halb Arena. Entschuldigung. Yay. Ich war nur gerade so motiviert. Wo muss ich nochmal hin? Ich hab schon wieder alles vergessen hier. Äh, erste Reihe unten. Also erstmal unten links, dann Mitte links, dann oben links. Warum immer links? Weil du erst einmal links durchgehen musst. So. Wir leben bei uns. Also eigentlich ist das Rätsel echt. Ich weiß nicht. Ich hab nie drüber nachgedacht, wenn ich so sehe. Du gehst einfach links die Reihe durch und fangst dann wieder rechts und dann gehst dann wieder durch. Ende. Ja. So. Was schreibt denn in der Nachricht? Wenn der Bär drin flammelt, dann quillt der Rauch, bla, Lokomotiv und so weiter. Ich glaub, bei Snibbuna möchte ich nicht mit meinem Lego-Drachen drin bleiben. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, Jan. So, was denkst du, Jan? Stein oder Käfer? Ich sag Stein. Natürlich Gestein. Und was für einer. Was denn? Despotar. Yo. Despotar könnte auch bei mir kommen. Weißt du, erstes Stahlrehen oder Gestein. Ich hab doch fast nur normale Attacken. Das ist richtig fies hier. Ich wechsle mal wieder. Na, Leute. Wer kommt rein? Achtung. Video pausieren. Okay. Seid wieder da? Closen One. Natürlich. Weil dafür hat Closen One ein leichtes Spiel dagegen. Oh, da liegt jetzt ein Despotar mit X-Abwehr vor mir. Dafür hab ich einen Überwurf. Rip Despotar. Ja. Auf jeden Fall. Was mir auch die Leute jetzt für potenzielle nächste Soulings vorgeschlagen haben. Wenn wir mit Random Trainern nochmal machen, dass wir so machen, dass wir beide die gleichen Trainer haben. Ja, hab ich auch schon gehört. Warum eigentlich nicht, ne? Auf jeden Fall, Despotar hat sogar einen Überwurf überlebt, Jan, ne? Dank X-Abwehr. Das wird ich jetzt nicht erwartet. So, Closen One Level 18. Da ist mein höchstes Pokémon im Team. Also, ich bin jetzt mit drei Pokémon gleich auf Level 19. How even? Liegt halt alles daran, dass ich nur fünf Pokémon trainiere. So. So. Oh, vielleicht trägst du nicht Wanni, oder was? Ja. Weil Wanni muss ich erstmal noch ein bisschen hoch trainieren. Dafür muss ich immer ein bisschen wechseln. Und das hat sich gerade nicht angeboten, weil ich das schon mit Iris gemacht habe. So, ich gehe jetzt deine Reihenfolge genau ab. Ja. So, und das letzte Buch. Warte mal, unten rechts hast du gesagt, fängt man an, ne? Ja. Ruhe. So. Nein! Ich wollte doch nur... So. Ah, wunderschön. Okay, Castellit, Despotar, mal gucken, was das letzte Pokémon ist. Hm? Ich gehe mich erstmal heilen. Jana hat drei Pokémon. Bist du schon bei der gewesen? Ja. Ich könnte jetzt theoretisch zur Arenaleiterin gehen. Jana ist einfach real. Na ja, Dragon Rage for the Mall. Rätsel. Ach, Rihanna. Rihanna hat Metagross auch ein bisschen was gemacht. Wann entwickelt sich eigentlich der Diosa, weißt du das? Jan, weißt du das? Falls nein, warum nicht? Die Arenaleiterin hat jetzt aber auch Gestein, ne? Ja. 28, was? Ich sag jetzt 28. Sagst du? Oder weißt du? Ich sage. Okay. Kann aber auch geben, der nochmal gucken. Na, nah dran. 30. 30. Ja, dachte ich mir. Aber egal, Ikri macht sich ja eigentlich ganz gut. Ja. Kannst du mich verarschen. Wieso? Natürlich hat der Aeropteryx. Was potenziell Flugattacken hat und mega stark ist. Das ist echt so ziemlich scheiße. Sag mal, was macht dieses Spiel mit mir? Ich setze jetzt im Wechsel zu Freezer. Jetzt kommt's. Öh, Knirscher. Das wäre ziemlich mies. Pflücker. Okay. Das hätte aber ziemlich weh getan, ne? Ja, es hat 20kp Miu-Tour abgezogen. Von? Von 64. So, aber jetzt müsste ich ihn eigentlich ja. Hälfte abgezogen, alles klar. Damit ist der Aeropteryx entschärft, liebe Damen und Herren. So, dann benutze ich jetzt mal ein Heil-Item. Auf Close and One. Shadrago normal hat genauso viel Angriff wie ein mäßiges Meter groß. Oh, eine Steilwurffrage. Sehr schön. Shadrago normal, was? Wie? Shadrago ohne Positiv-Negativ-Wesen hat genauso viel Angriff wie ein mäßiges Meter groß. Joa. Ich merke gerade, der Donnerschlag wird auch von Rohrgewalt geboostet, ne? Donnerschlag? Ja. Zwei Attacken, die durch Rohrgewalt geboostet werden. So. Und Onix ist da, Jan. Was mache ich denn gegen Onix? Natürlich! Der Closen One! Der gute alte Closen One. Ja. Ich ordne gerade so ein bisschen meine Attacken durch. Kannst dich selbst mal durchordnen, Jan. Total durcheinander. Tja, aber mit Blick auf die Uhr müssen wir den Arena-Kampf wohl jetzt noch machen. Könnten wir. Also es ist echt Gestein, ja? Das ist confirmed. Ja. Ich glaube, da mache ich einen Closen One Solo Run. Oder ich fange mit Mewtwo an. Onix ist auch so ein Pokémon, das einfach so gut wie gar keine Erfahrungspunkte bringt. Das ist mir aufgefallen. Echt? Onix? Ja, Onix bringt super wenig, nur irgendwie... Ich merke gerade, meine ID ist ja wohl genial. Welche ist es? Moment, kann man die im Video zeigen? Ist die oben? Verdammt, die ist immer unten. 1, 3, 7? 1, 8, 6, 6, 6. Wow. 6, 6, 6, Leute. Geil. Oh, dieses Regal. Bitte noch ein bisschen langsamer. Danke. Ich soll gleich mal sagen, was deine ist, aber 1, 8, 6, 6, 6. Hätte ja wohl nicht besser sein können. Na da. Alle Pokémon. Achso, schon mal den Pokémon. Moment, Leute. 4, 0, 0, 9, 4. Du Doppel-Null? Nicht so spannend wie deine. Nur eine Doppel-Null. Heißt das, wir sind Nullen, Jan? Nein. Willst du den ganzen Part oder den nächsten machen? Eigentlich lieber im nächsten, aber... Wie viele Pokémon hat die? Zwei, ne? Ja. 1 auf 18 und 1 auf 20. Ich werde jetzt erstmal wieder zurück ins Pokémon-Center gehen. Okay. Und mir Sachen kaufen, meine Pokémon heilen. Und dann mich mental auf das Kommende vorbereiten. Alles klar. Ich hab dich geheilt, Jan. Mhm. Tu dich auch. Ich bin geheilt und stehe hinter Aloe. Ich habe ihren Rücken. Du hast ihren Rücken. So. Super Tränke. Ich hab 19 Poké-Bälle. Das geht dir wohl gar nicht. So, ich hole mir jetzt für den Arena-Kampf erstmal noch ein paar Super-Bälle. Warte. Ich könnte ja auch einen Wahlschall geben. Ich hab ja mehr als genug von. Ja, du mit deinem Wahl-Items wieder. Ja. Mal gucken, wie viele Wahlschäle du am Ende haben wirst. Schäle. Das ist nicht der Plurale. Schale. 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 Wahlschals. Das hatten wir schon mal, glaube ich. Genau diese Unterhaltung hatten wir schon mal. Ich hab irgendwie ein Déjà-Vu. Kann sein, ja. So. Du stehst hinter Aloe. 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 Wie heißt die nochmal? Aloe. Aloe. Wie die Aloe Vera. Ich setze mich an ihren Schreibstab, damit es so aussieht, dass ich der Arena-Leiter. So. Ich hab wieder ihre Daten gelöscht. Ja, die hat leider keinen PC da. Ich kann höchstens Papier zerknüllen. So. Alle Daten zerstört. Gut. Leute. Beim nächsten Mal. Gesteits-Arena-Leiterin Aloe. Und Gesteits-Arena-Leiterin Aloe. Genau. Mal gucken. Also ich denke Closen One. Ich liege mit Freezer wahrscheinlich und mach damit Closen One weiter. Ich liege mit Lego-Drache und guck was dann kommt. Schau mal. Leute. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.